Sieht aus wie Metal Slug, nennt sich allerdings Metal Assault und ist ein Free-to-Play 2D Anime-Shooter. Damit geht's weiter mit einem neuen Mini-Let's Play. Ich hab hier schon meinen ersten Charakter erstellt, ich werde aber die anderen Klassen auch noch kurz zeigen mit dem Tutorial, losstarten und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, das mache ich auch direkt und unverzüglich. Charakterauswahl, leider aktuell noch auf Englisch, aber das Spiel, diese Version hier wird gepublished von, Moment, Create Character. Gepublished von IDC Games, da habe ich auch Cosmic League kürzlich vorgestellt und die wollen das Game erstens auf Steam bringen mit Steam Greenlight und vielleicht sogar auf Deutsch, wie ich den Publisher kenne. Genau, es gibt aber, beziehungsweise gab es schon andere Unternehmen in der Vergangenheit, wie zum Beispiel Area Games, da ist das Spiel mittlerweile offline, wenn ich das richtig gesehen habe und international auch ein paar. So, ich hab hier den Karl und das ist wohl so der Standardcharakter, der soll recht ausgeglichen sein. Was ich lustig finde, das muss ich gleich noch zeigen. Hier, da steht dran, wie viele Lebenspunkte die haben, Mana, Special Points, Geschwindigkeit. Und ich hab einfach mal zum Beispiel diese beiden verglichen, den Karl und die Marie. Und dachte mir, hä? Hä? Die Marie ist auch in jeder Hinsicht besser als der Karl, aber hab dann später erst verstanden, dass es ja auch um die Waffen geht. Die Marie ist so eine Sniper-Braut sozusagen und deshalb hat die einfach hier überall mehr, um ein bisschen ausgeglichener zu sein. Die muss richtig lange nachladen. Ich werde wahrscheinlich jetzt den Karl erstellen. Dann gibt's noch den Burton. Der hat richtig viele Lebenspunkte, ist ein sehr träger Charakter, sehr langsam und so. Die Marie, die hat man eben vorhin schon gesehen. Und dann die gute Ai. Mit relativ wenig Rüstung, sozusagen. Und genau. Welche Waffe schwingt die so? Na gut, ich erstelle jetzt den Karl. Den nenne ich mal Schilling. Oh, verdammt, ich hätte noch hier die Frisuren so anpassen können. Da tut sich nicht viel, aber zumindest ein bisschen was kann man da abändern. Ich finde den Standard-Karl nicht so schlecht, deshalb passt das schon. Genau, ich möchte das Tutorial nochmal durchzocken, würde ich empfehlen, denn da bekommt man eine feine Belohnung. Wenn man keine Lust mehr hat, mit Escape einfach beenden. Mit WASD bewegt man sich. Wer vielleicht Elsword kennt, der wird sich hier direkt zu Hause fühlen. Denn genau so funktioniert das Game irgendwie. 2D-mäßig eben. Das ist mein Fadenkreuz. Und, ach, ich kann noch nicht ballern, ich habe noch keine Waffe. Und jetzt soll ich einfach mal ein bisschen durch die Welt laufen. Doppelt W klicken, beziehungsweise A, S und D. Da kann man diverse Sprünge durchführen. So, jetzt zeigt er mir, wie ich crouchen kann, um eventuellen Angriffen auszuweichen. Dann lernen wir nun, wie wir springen können, nämlich mit der Leertaste. Die Frisur ist einfach göttlich, wie so ein Stern. Erinnert mich an die guten alten Final Fantasy Frisuren. So, beeindruckend, sagt er. Bisschen schade, dass das Game echt noch nicht auf Deutsch verfügbar ist. Aber hey, ich glaube, das wird kommen. Deshalb stelle ich das Game auch vor. Denn man muss ja schnell sein mit den Videos hier so. Dann können wir natürlich auch diverse Leitern hochklettern, wenn ich es schaffen würde, mit W genau. Und die nächste dann elegant nach drüben springen. So, jetzt das Ganze nach unten. Sieht aus wie das allererste oder eines der ersten Mario vs. Donkey Kong Spiele. Wo man von unten nach oben den Fässern ausweichen muss und so, um die Prinzessin zu befreien. Gut, jetzt kann man natürlich dann auch noch die Ebenen wechseln. Das heißt, wenn ich von oben runter möchte, muss ich mir hier so ein Gebüsch zum Beispiel suchen. Und dann nach unten klicken und die Leertaste betätigen. Sehr fein. Und jetzt wird aber geballert. Ich bin schon gespannt, welche Waffe der so hat. Nein, wir rollen noch. Moment, das ist knifflig, da muss man aufpassen. Denn das muss ich im richtigen Moment timen, sodass ich genau den Schüssen ausweiche. Jo, ansonsten würden mich die Treffen ein bisschen Schaden verursachen. Hilfe, lass mich in Ruhe. Genau, hier. Bams, verursachen mal ein paar Hits. Gut, Granaten kann ich werfen. Ach, das hätte ich schon fast vergessen. Das habe ich aber im Tutorial nicht so ganz verstanden, mit der rechten Maustaste. Dieses Push und Move, was hat er damit gemeint? Also mit der rechten Maustaste fülle ich diese Energie auf und es ist wahrscheinlich am besten, wenn die ganz voll ist. So in etwa. Jetzt habe ich den Gegner nicht mal getroffen, aber ging sich trotzdem noch aus. Gut. Dann, Quickslots. Man hat hier sozusagen eine Hotbar, wie in einem RPG. Und da wechselt man diverse Waffen, beziehungsweise Fertigkeiten. Vielleicht auch Medikits habe ich schon gesehen im Inventar. Aber ich soll sehr viel üben. Ja, werde ich. Was dauert denn so lange? Mach weiter hier. Jetzt kann ich ballern. Yay, wuhu. Genau, die Waffe gefällt mir schon ein bisschen besser. Die Sniper war etwas langsam nicht so actionreich. Dann Hotkeys belegen. Da sehe ich schon eine Heilung. Genau, Waffen aus dem Inventar kann ich hier reinziehen. Sehr gut. Und jetzt kommen mal die Feinde an den Start. Ach so, der hat jetzt auch eine Sniper. Zum Üben war das so im Tutorial. Aber ich glaube, der hat dann später eine andere Waffe. Es gibt auch Headshots, wenn ich richtig ziele. Okay, die Headshots gibt es nur bei echten Gegnern. Nicht bei diesen Trainingspuppen. Aber die echten Gegner stehen auch gleich noch an. So. Das ist es. Gut gemacht. Sehr schön. Danke schön. Und jetzt muss ich zwischen Freund und Feind unterscheiden. Das ist ein Gegner. Headshots. Bam. Dann der nächste Gegner. Boom, Headshots. Jawohl. Kann ich meinen eigenen auch treffen? Nö, ich hoffe nicht. Der visiert den sogar so ein bisschen an mit diesem Fadenkreuz. Nächste. Das war kein Headshot? Schilling, du Schlingel. Das war ein Headshot. Excellent. Dann kann ich, was er mir jetzt erklären möchte, auch ein bisschen weiterschauen, als die Kamera eigentlich erlauben würde, wenn ich einfach mit dem Mauscursor mich dorthin bewege. Und dann sehe ich Gegner aus der Entfernung. Achso. Es ist egal, welchen Gegner ich anvisiert habe. Wenn der in der Schusslinie steht, dann wird trotzdem der andere angegriffen. Hier zum Beispiel möchte ich den treffen. Aber der andere hat sich vor dem Befunden, vor der Fluglinie sozusagen, vor der Schusslinie. Und deshalb hat das nicht funktioniert. Da ist vorher der andere gestorben. Gut. Und der letzte war kein Headshot. Special Skills mit Steuerung bzw. Alt. Gut zu wissen. Excellent. Das ist das Ende des Trainings. Und hier bekommt man dann eben nochmal eine kleine Bonusbelohnung. Ich weiß zwar nicht, was diese fünf Münzen, Item-Münzen sein sollen, aber lohnt sich. Ging ja richtig schnell. Hallo, ich bin Lynn. Und sie ist verantwortlich für die neuen Rekruten. Ich bin hier angekommen und würde sagen, ich starte direkt mal los. Ich möchte aber noch kurz das Interface in der ersten Folge ein bisschen durchgehen. Allzu viel gibt es ja nicht, aber man kann trotzdem Items ausrüsten und ein paar andere Dinge. Das ist mein Charakter-Menü. Ich sehe die Kills, den Score. Es gibt Erfahrungspunkte, Lebenspunkte, Mana, Special Points. Dann die Skills auf der Taste K. Sprung im Laufen, Ausdauer, irgendwelche Minen kann ich hier legen, reparieren. Dann Passive habe ich auch. Ah, sehr schön. Sowie, Moment, Inventar. Was tut sich da? Da habe ich diverse Waffen, die ich ausgerüstet habe und dann durchswitchen kann in der Hotbar. Diese fünf Gold-Tokens habe ich bekommen. Jo, was auch immer. Granaten. Was sind das? Handgranaten. Dann noch ein paar andere Quests gibt es. Also ist so eine Mischung aus RPG-Action ein wenig mit Metal Slug eben vereint. Es war damals irgendwie ein richtig geniales Game in den Spielhallen. Titel, den rüste ich doch direkt mal aus, denn da bekomme ich ein paar Bonus-Fähigkeiten. Was? Da steht sogar dran, welcher Spieler auf dem Server den zuerst bekommen hat. Das ist ja mal nice. So, ausrüsten. Und zu guter Letzt hat man auch noch Begleiter. Allerdings besitze ich aktuell noch keinen Social. Das ist die Freundesliste. Hier die Item Mall. Der Premium Shop. Und ansonsten war es das mit den wichtigsten Menüs aus dem Interface. Jetzt muss ich B-Roken suchen. Die Karte kann ich noch kurz zeigen. Das ist so, man hat immer einfach so ein Gebiet. Und dann wechselt man nach unten, nach links, nach rechts, nach oben, unten und so weiter und so fort. Da kann ich sogar nach NPCs suchen. Und genau, mach mal weg hier das Menü. Runter in die andere Zone. Herz Commercial Area. Moment, wo bin ich? Ich sehe mich gerade nicht. Ah, hier. Bitte, bitte, kleine Spende. Nein, erstmal nicht. Ich muss B-Roken aufsuchen. Wo ist er denn? Hier noch nicht da. Kaum zu übersehen, oder? Der Handwerker. Was sagt er hier? Ist das dein erster Besuch in dieser Stadt? Willkommen. Ich bin B-Roken. Was soll ich denn machen? Was hat sie nochmal gesagt? Soll ich upgraden? Oder Quest eventuell? Quest, genau. Er hat mich gesucht. Was für ein Zufall. Gut. Diese Mission. Die Nachricht wurde überbracht. Quest abgeschlossen. Da bekam ich nochmal 10 Handgranaten. Und mein erstes Ausrüstungsteil. Nämlich eine Brille. Gut. Abgeschlossen. Die nächste Mission wird angenommen. Status complete. Und ich soll hier irgendwo play the game. Ich spiele das Game doch schon. Moment. Kurz das Inventar öffnen. Muss ich die ausrüsten? Mit der rechten Maul. Ah, schön. Der Charakter verändert sogar seinen Skin sozusagen, wenn man andere Items ausrüstet. Das finde ich nett. Sind zwar nur so ein paar Pixel. Der Char. Aber wenn sich zumindest auch die Ausrüstung ändert, wenn man neue Items bekommt. Facebook has gained. Ach, der Spieler heißt so. Oder wie kann ich den Chat irgendwie kleiner machen? Äh, nö. Das war genau das Gegenteil von dem, was ich tun wollte. Okay. Hier muss ich zu Zink. Zink. Wer auch immer das ist. Der bringt mir etwas bei. Über mein Bankfach. Oder so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Muss ich näher ran? Moment. Wo klicke ich? Ich kann mich nicht bewegen. Oh. So. Da stehen schon einige Leute rum. Der heißt tatsächlich Facebook hier, der Typ. Mit diversen Rängen. Dann gibt es natürlich auch Gilden. Die nennen sich hier Unternehmen. So Company, glaube ich. Quest. So. Wow. Du bist echt nett. Ähm. Dankeschön. Quest abgeschlossen. Munitionsgürtel. Sehr schön. Ach so. Das ist mit Storage gemeint. Wo ich meine Munition aufbewahren kann. Ich dachte jetzt eher so im Bankfach. Dann die nächste Quest. Kann ich das ausrüsten? Jawohl. Oh Mann. Gut. Beim Howard bekomme ich weitere Missionen. Und da gibt es auch Tournaments. So. Quest. Dann, dann, dann. Abgeschlossen. Neues Outfit bekommen. Sauber. Direkt ausrüsten. Nummer 1. Und Nummer 2. Schülchen erhalten. Und jetzt soll ich noch zu Ben gehen. Denn bei Ben. Erfahre ich alles über Gilden. Beziehungsweise eben Companies. Wo ist er der Ben? Hier drüben irgendwo. Da steht er schon rum. Alles klärchen. Quest abgeschlossen. Und direkt nochmal zwei neue Items bekommen. Wieder ein Brustpanzer-Moment. Wo ist denn da der Unterschied? B und C? Die Stats. Sind identisch, oder? Jo. Irgendwie schon. Und neue Handschuhe. Gut. Ich will mal kämpfen. Level up. Wuhu. Sauber. Damit bin ich. Level. Wo sehe ich es? Wo sehe ich es? Mein Charakter U. Level 2 schätze ich mal. Private. 2. CL. Klammer auf. 2L. Ich denke mal 2L bedeutet Level 2. Neuer Titel? Nö. Wo denn? Da steht New dran. Aber ich finde nichts. Macht nichts. Ich will nämlich ins Inventar. Ich habe schon wieder was Neues bekommen. Okay. Und einen Rucksack. Endlich. Jetzt geht's los. Ich wähle den Battle Mode aus. Ich glaube da muss ich rein für die Quests. Achso. Ich will keinen Raum erstellen. Quickstart. Dann wähle ich. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte es doch nur mal anklicken. Achso. Der Facebook ist hier. Soll ich da rein? Moment. Waren da noch andere Räume mit. Mit mehr Spielern eventuell. Einer von 16. Vier von vier. Zwei von 16. Let's go. Dann schaue ich vielleicht hier mal rein. Let's go. Start. Okay. Ich kann dem Kollegen jetzt zuschauen. Ich müsste bis zur nächsten Runde warten. Aber wenn das jetzt 16 Minuten dauert. Dann ist das doch ein bisschen lange irgendwie. Oder? Aber ganz kurz können wir ja noch schauen. Was der hier so treibt. Das Ziel lautet. Man muss irgendwie ganz nach oben kommen. Denn dort wartet ein Helikopter. Und da muss man irgendwie hin. So. Ja. Das dauert. Und das dauert. Und das dauert. Ich würde sagen. Ich gehe mal raus und suche mir einen anderen Raum. Wo ich direkt mitmachen kann. Okay. Ich habe jetzt meinen eigenen Spielmodus. Spielraum einfach erstellt. Und ich muss dieses Camp verteidigen. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Warte ich jetzt einfach. Oder kann ich den Gegnern schon entgegenlaufen sozusagen. Ach. Da sind schon welche. Da kommen jetzt ein paar Zombies an. Es gibt auch einen Zombie-Modus. Critical. Diese Portale sind wahrscheinlich die Spawn-Punkte. Aber die Sache ist. Ich muss bestimmt auch zur anderen Seite rüber. Moment. Kann ich da gar... Doch. Ich muss bestimmt auch zur anderen Seite rüber. Ich schaue da mal unten lang. Wie kannst du runter? Hä? Okay. Egal. Dann einfach mal losballern. Kann ich hier vielleicht runter? Ah. Sehr schön. Es gibt eben so manche Stellen. Da kann man die Ebene wechseln. Oh. Das sind einige. Critical. Critical. Ich muss sagen, es wäre nicht so schlecht, wenn da noch ein paar andere Leute am Start wären. Und hier sammle ich richtig viele Buffs ein. Kann der irgendwie sprinten? Er kann zwar diese Rolle durchführen, aber nach Sprinten sieht das nicht aus. Richtig schnell ist er dadurch nicht. Runde Clear. Oh. Da kann ich nicht... Hey. Das ist ja richtig nett. So. Ich weiß nicht. Was soll ich mir da gönnen? Defense bisschen Rapid Fire Speed. Ich kaufe mir einfach irgendwas. Ich habe ja keine Ahnung. Das war übrigens mein Telefon. Tut mir leid. Ich packe es gleich weg. Hier. Immer diese unaufmerksamen Schillinge. Oh. Das ist gerade echt ungeschmeidig, wenn man da alleine ist. Wo sind denn die anderen? Ich muss hier alles alleine machen. Immer links und rechts und links und rechts. Das geht ja nicht. Kill Counter. 55, 56. Was? Der zielt automatisch. Ich bewege gerade meine Maus nicht. Ich klicke nur auf die linke Maustaste. Der visiert alle Mobs an, die irgendwie in der Nähe sind. Was ist denn das? Da braucht man ja kein Aiming. Das ist krass. So. Ich habe gerade unendlich Munition durch dieses Item. Moment. Die nehme ich noch mit. Bevor ich mich zur anderen Seite begebe. Sieht man die Zombies denn nicht auf der Karte? Nö. Tatsache. Die sieht man hier nicht auf der Karte. Aber das lenkt ein bisschen ab. Ich will meine Maus bewegen, aber die bewegt sich von alleine. Heftig. Mit Steuerung kann ich hier ein paar Boosts einsetzen. Wow. Das ist dann mal das Sprinten. Heftig. Das ging flott. Ich kaufe mir einfach irgendwas. So. Nochmal Attack pushen und die Lebenspunkte eventuell. Ich bin ready. Kill Counter 100. Burst. Ja. Will ich ja mal hoffen. Wie wäre es denn mit anderen Mobs? Uh. 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 Genau in dem Moment. Kommt einer an. Wenn der von der Seite kommt. Genau. Dann ist auf der anderen Seite bestimmt auch einer am Start. 105 bereits besiegt in der dritten Runde. Wow. Wird ja richtig schnell ab hier. Oh. Von hier oben kommen die auch aus den Bäumen. Ja klar. Zombies wachsen ja auf Bäumen. Das weiß doch jeder. Das weiß doch auf jeden Fall jeder. Habe ich mit Steuerung wieder irgendwas? Nö. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Denn. Hör doch auf automatisch die Mobs an zu visieren. Das ist extrem. Oder gewöhnungsbedürftig würde ich einfach mal sagen. Das ist heftig. Die Maus macht was sie will. Ich visiere einen Mob an und die fliegt hier durch die Zone. Die Maus. Also nicht die Maus sondern das Fadenkreuz irgendwie so. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Denn vorhin ist es passiert. Da sind zwei von den schnellen Zombies einfach von der anderen Seite. Ja. Daher gelaufen. Und das war unschön. Was bedeutet. Keine. Keine Munition mehr. Dann schnell eine andere Waffe nehmen oder so. Oder hier Munition auffüllen. Aber mit der Sniper. Die braucht irgendwie so lange um nachzuladen. Was sind denn diese Prozente da? Kann mir das jemand erklären? So. Dann gönne ich mir hier noch ein bisschen was. Und hier. Und hier. So. Ready. Los geht's. Nächste Runde. Runde 4 von 10. Ich habe jetzt echt keine Munition mehr. Liegt die hier irgendwo rum? Da oben kommt schon wieder so ein Typ. Oh Mann. Was ist das für eine Waffe? Eine Shotgun. Wenn ich das richtig sehe. Und die Flagge heilt sich leider nicht. Verdammt. Da wird es sowieso gleich zu Ende sein. Jetzt habe ich die Munition der besten Waffe verbraten. Jetzt habe ich so eine. Eine ganz normale Pistole. Was ist das hier noch? Auf der 4? Nimm doch. Wow. Eine Bazooka. Aber die lädt ja eine halbe Stunde nach. Jetzt habe ich nicht mal getroffen. Schnell eine Granate reinwerfen. Uh. Ich muss mir echt hier diese Munition schnappen. Ach so. Moment. Vielleicht füllt der die Munition auf. Die ich gerade ausgerüstet habe. Mann. Was ist denn da los? Ich habe keine ordentlichen Waffen am Start. Was tut sich hier? Jetzt rüste mal die erste Waffe aus. Und ich muss hier irgendwo. Ja. Leider verloren. Das sind dann zu viele geworden. Irgendwie in der ersten Runde war gar nichts am Start. Und jetzt. Pew, 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 pew. Oh Mann. Ja. Da muss ich definitiv noch ein bisschen üben. Jetzt ist hier jemand Tenten. Da zockt wohl jemand. Oder da kennt wohl jemand Naruto. Gut. Dann starte ich jetzt nochmal. Aber außerhalb der Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Pew. Pew. Bis zum nächsten Mal.